König Fußball regiert die Welt. So ist das wohl. Aber wer regiert dann den Fußball? Der Kaiser? Die Vereine? Oder gar die Trainer? Nein, ich sage Ihnen, wer den Fußball regiert? Meine Frau Renate! Jeden gottverdammten Samstag, wenn ich Fußball gucken will, läuft auf einem anderen Kacksender irgendwas für Frauen! Nein, Gernot, du kannst dein Sportstudio gucken. Auf Sat.1 kommen doch die Muschelsucher. Ich scheiß auf die Muschelsucher! Oder musst du immer Fußball gucken? Wir könnten doch mal wieder irgendwas zusammen machen. Ja, bin ich denn bescheuert? Deswegen gucke ich doch Fußball! Renate, wenn du das hier siehst, dann wechsel du doch ablöserfrei! Und ich gucke mit der Nachbarin von gegenüber. Im Gegensatz zu dir hat die nämlich fußballgroße Monster-Tipp!